auch direkt an, vielleicht kurze Introduction, es ist einfach ein random entstandenes Movie 1, eine Herausforderung sozusagen und als Regel gibt es halt, dass wir es selber machen und kein Vader, haben wir uns erst mal drauf geeinigt. Ansonsten würde ich sagen, oh, warte mal, Halvard, du Kek. Wenn ich jetzt gewinnen sollte, habe ich keinen Luke mehr. Also an die anderen, an Ben und Halvard, versucht mal, danach bitte keine Lichtschwert-Helden zu nehmen. Okay. Weil jetzt hätte ich keinen Luke, wenn ich gewinne. Ihr wisst Bescheid. Ansonsten könnt ihr ihn tot oder zugucken, wie ihr wollt und ich würde sagen, nach Startschuss. Okay, let's go. Hey! Ich bin eingewonnen, hallo. Ich bin eingewonnen, hallo. Ich bin eingewonnen, hallo. Sorry for the mess. Juhu. Oh, schau. Ganz schlechter. Ah! Oh, okay. Jux-Winger, knapp. Ah, ich glaube das geht nicht, Bene. Zahle. Oh, sorry, sorry, sorry. Lol. Ich wurde aber so nach oben. Hm, ist lächerlich, ne? Ist gut. Kann auch warten, ne? Wenn irgendwas ist. Ah, kein Problem. So ne Aufnahme, ganz unangenehm. Deswegen keine Audio. Ah, ich esse dann erstmal weiter hier. Ah, das stimmt. Aber nur vielleicht. Ja, nur vielleicht. Okay. Okay. GG. Also ich nehme dann, wir tun dann so, als hätte ich gewonnen. Also, ja, ich hab ja gewonnen. Aber wir tun dann so, als hätt, weil du dann ja den einen Punkt kriegst. Genau, Obis verboten. Genau. Dann machen wir das so. Gut, dann töte noch. Ah, Bene, du bist so ein guter Spieler. Ah, Bene. Ey, Blaster-Mane auf einmal. Schießt ihm in die Eier von unten. Ja, ja, das hab ich vor. Alter, steh ich mal hier drauf. Oh, Gott. Oh. Mit'n Flammenwerfer. Oh, Gott. Vier Leben. Ah, Sasbe, ne? Jo. Oh. Oh. Alter. Der ging weit. Hm. Ja. Oh Gott. Hm. Ah, hätt ich das gewusst? Scheiße. Schade. Ich dachte, du machst ne Fähigkeit. Ja. Was soll ich sagen? Ja, was soll ich sagen? Ich hab einmal blöden Schaden. Ja. Ja. Boah, der Hookswing, ey. Ja, GG. Okay, wenn Finn weggeht, bitte keinen Boost drücken, Finn. Okay, gut. Dann... Oh Gott, ich steck mehr, es hilft. Weg mit dem Schwachsinn. Okay, let's go. Was soll denn das? Hallo. Ich wollte gerade hochlaufen. Darfst du nicht. Ahaha! Stimmt, wenn du jemanden hast, der weiß, wie du das kontern kannst, dann ist es schwierig. Oh fuck. Aber wir gehen die... Ja, der am Einschick, ne? Bin hinten oder oben lang? Sind ich. Bin oben lang. Geht nicht. Na gut. Ah. Na dann musst du nicht sein, da hinten. Nein, ich muss nicht, dass du umgeworfen wirst. Ah. Oh gosh. Ja. Fuuuck. Ich hab grad meinen Trick gedrückt. Das war blöd. Lalalala. Ja. Ja. Das ist ja wirklich, also. Hier. Hui. Ja. GG. Oh ja, gut, das ist... Boah. Das ist hart. Okay, dann let's go. Ja. Das ist respektabel. Siehst du nicht? Ah. Da unten drauf, bitte. Wohin? Da drauf meinen, ne? Oh, ich bin gerade selber gezogen. Ja. Geh dich mal hin. Ja gut, wen hab ich left, ne? Anakin oder Yoda dann? Ja. Und wenn du auch Yoda nehmen kannst, aber weiß ich nicht. Ah fuck. Nein. Ah, das war klar, die Lichtschwertwurfe und... Ah. Die Klassiker. Das stimmt. Das stimmt. Ah fuck. Ah fuck. Ich versuche immer zu antizipieren, dass du dein Dash machst, wenn ich Pulle, aber irgendwie klappt das noch nicht so. Ah, der war schön. Aber schön jetzt. Ja. Ein bisschen. Ah fuck. Ich mach dir keinen Schaden. Nein. Na gut. Alles gut Das war so schlecht gemacht Ja, das ist die Todeskombi Okay, schauen wir mal Jetzt ist es los Kann aber auch andersrum ganz schief gehen Das ist ja Anakin Main gesagt, deswegen spielen wir mal ein bisschen vorsichtiger Okay Hm, man kann sehen Natürlich Nee, du musst dich finden hinter mich Ich spiel die Verstecken währenddessen Hm Na, will der Heep kommen? Ich hab's gemerkt Das ist gerade ein bisschen belastend Dankeschön Geh weg mit der Stärke Geh weg mit der Stärke Hm, macht Spaß, oder? Aha Ich hätte den auch nehmen können, ne? Ich hätte den auch nehmen können Mann Hier Boah Viel Leben Ehhh Ehhh Mhhh Mhhhh Ja 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 Definitiv Definitiv. Wenn es ausschießt, bin ich tot. Ist ok. Ich will mir mal ein bisschen ausdauern. Ist ok. Ist ok. Schauen wir mal. Als ob ich dich getötet hab. Er hat es auch half für Leben, Junge. Ich hätte 275 gesagt, wenn du mich jetzt triffst, bin ich tot. Hab ich dich gehört? Weiß ich nicht. Alvar. Hehehe. Ja. Aber ich antizipiert. Das war Glück. Ja. Das ist absolut gut. So gut. Äh. Ja. Wir können ruhig anfangen. Ja. Gegen Anakin ist es halt kacke mit Kylo. Das sage ich, wie es ist. Ja. Ja. Wegen allem so ein bisschen. Kannst eigentlich jede Fähigkeit von mir kontern. Theoretisch. Die Fähigkeit ist stark. Du denkst, du kannst resisten? Äh. Ne. Da gibt's kein konkretes Mal. Dachst du halt ein Mark genug und dann macht das halt nicht, weißt du. Dann trifft das halt nicht. weil da gibt es keinen jaja genau immer halt diese Hoffnung die du dann hast schade brauchen wir ein bisschen mehr Ausdauer ehrlich gesagt ist okay ja nett hab ich gar nicht gesehen wenn beides trifft auf jeden fall hab ich gehofft okay click up ja vorbestellerskin muss ja ich hab deine Ausdauer gesehen deswegen hab ich die Raserei gedrückt ich hab deine Ausdauer gesehen